So, hallo, willkommen in der Diablo 4 Beta. Wir machen jetzt gleich den World Boss. Es ruckelt noch ein bisschen, weil ich rausgetappt bin. Ich werde höchstwahrscheinlich sterben, weil das Stufe 25 plus und wir sind in Discord mit anderen Leuten. Aber ich wollte ihn unbedingt aufnehmen, falls ich es morgen nicht schaffe. Also, let's go. So. Wir werden so draufgehen, Juli. Mhm. Nee, der Level 9er wird so draufgehen. Der Level 9er wird so draufgehen, aber der wird wahrscheinlich genauso sehen wie wir. Greetings. Wie machst du das Look eigentlich? Oh Gott. Ach, oh. Jetzt geht's los. Oida. Ich mach gar keinen Schaum. Stell mich mal auf die andere Seite von mir. Okay, okay, bitte. Okay, bitte. Okay, bitte. Auch geil, wie sich die Kamera anpasst, ne? Jupp. Ich bin sehr erstaunt, dass wenn's spielflüssig läuft. Ich bin in. Ich schau. Okay. Ähm. Ihr rettet uns einfach dauernd gegenseitig, Juli. Okay. Ah. Das war ein schönerer. Der nimmt keinen Schaden, ne? Ja. Ich denke, ich darf den schaden. Drei Leute sind gewiped. Ich kann mir vorstellen, wer die drei waren. Der Level 9er und gewiped. Röchten, Ritz. Unten. Fabi, Ritz ist grad eben. Wir schon an die Programme. Mein Deathless, run. Same. Ist der Boss für euch, ist der Welten Boss für euch Level 15 oder ist er Level... Level 25. 25. Ah, okay. Reep. Alles Reep. Ich glaub, das packen wir eh nicht. Ne. Ziem zu weniger dafür. Aber das war schön, den gesehen zu hören. Oh, guck, da sind 25. Gut gedacht, Fabi. Ja, bin ich gerade gestorben. Ich glaub, das wird nix. Dinger, so wie ne Laich. Ähm. Ich hätte den schon gern gemacht, aber ich glaub, ich mach den Morgen früh. Und Grant jetzt durch. Wir haben noch 13 Minuten Zeit, auf 25 zu kommen, Jürgen. Ja, oder wir machen den Morgen früh. Ihr könnt auch respawnern, ne? By the way. Naja, wir verlieren die Haltbarkeit. Ja, und? Scheiß auf die Haltbarkeit. Ich hab ihm genug Geld, das ist Diablo. Bei der Permanenthaltbarkeit. Ich soll aber schnell mein TP irgendwie mit reinnehmen, dass ich... Hm? Ich hab mein Shield schon mit rein, aber das zerfetzt ja einfach. Ja, Junge, wenn ich halt Spirit generieren würde, ne? Könnt ich halt auch mal Schaden machen. Statt. Einfach mach's nicht so respektvollen Absicht schon. Ja. Bleib auf hierhin aufstehen. Ne, hab ich nicht. Ja, schöne Grüße zurück. Oh! Oh! Ich hab dich, Bruder. Hab ich nicht, ich hab gelogen. Oh Gott, der hat mich nicht geschützt. Nein! Ja, ich versuch ihn auf jeden Fall morgen nochmal. Wann ist der um siehne und um neune? Um siehne und um neune in der Früh, ja. Alter. Alter. Ja, bis dann hab ich den vielleicht auch aufgelaufen. Bumm. Alter, hat mir direkt einen in die Fresten gelegt. Wenn der weg springt, retz ich dich. Ne, wenn er... Scheiß auf meine Halbwahrheit. Wie hat der Neuner überlebt? Steht da da bitte? Du musst... Du musst mittig stehen. Du darfst nicht am Rand stehen. An der Attacke. Ungefähr so stehen. Wie der Level Neuner mich retz... Oder retzen will. Hat aber auch nicht gut gemacht. Okay, oh, ich hab die Eis sogar. Oh, das ist jemand, Turret. Dodgen, flütt. Dodgen. Ich schwirr immer wieder. Ach, das machst du. Aua. Der will mich. Warum will er denn dich? Ich weiß nicht. Der ist grau wie gesprungen. Okay, I got mechanics. Aber ich würd gern... Es sind vier Minuten rum. Wir haben nicht mal einen Balken. Ja. Mann, werden wir doch nur auf der anderen bläden. Das ist ein Aua-E-Sweave. Okay, da muss ich dodgen. Flo, analysiert den Boss. Der analysierende Boss. Er hat mich einfach... Das ist denn so... ... auf der Rückenseite. Ja. Also, ich hab so die dumme Vermutung, dass wir vielleicht noch ein bisschen Level sollten. Das ist ne stumme Vermutung, dass wir einfach zu wenig sind. Das auch. Stimmt mal auf. Entschuldigung. Warum? Warum hab ich die letzten Male jetzt so viel Schaden gemacht? Ich hab jetzt recht... ... auf Einschlag ist ja weniger. Wir ziehen nicht runter. Ist Corona positiv? Nee, es kann halt legit sein, dass dadurch, dass ihr... ... dass ich hier mit euch in der Gruppe bin, ist es automatisch schwerer. Ja, der Weltenboss nicht. Safe nicht. Ich würd grad sagen, dass wir schon ein bisschen mit das Gehirn haben. Ah ja, Prüche. Einfach so ein Massenrest hier. Wie klein das Steinchen ist einfach im Vergleich. Warum rennt er denn zu dem Typen da hinten? Ähm, ey, das kann man ja nicht. Oh Gott, er dives nicht an. Hast du mal auf? Einfach mal stehen, du. Oh mein. Ich wollte raus dort. Ja, und da bin ich dead. Das ist cool, ihn zu sehen. Nee, ich hab ihn gedribbelt. Ich hab jetzt Dark Souls-Angehammer. Okay, also wenn er einen Arm hebt, macht das Swipe. Wenn er den Arsch rausstreckt, ist, äh, Jump. Und ansonsten One-Hit beißt er nicht. Solltest du im Area-of-Effect rausgehen, wenn er seine Power geht. Das heißt, du stehst einfach in seinen Schlag. Ja. Ist aber auch ein annoyinges Fuck. Er läuft halt viel. Ist halt für die ganzen Milis-Scheiße. Ach, die Sache, die halt richtig gräudig ist, ist halt Effekt, dass manche Leute einfach irgendwie gut am Rand der Arena stehen. Dadurch movet der Boss halt zehnmal. Ja. Zehn Kilometer weiter. Äh, geil, ich hab hier Verbindung zu Diablo 4 mit hergestellt. Wenn wir jetzt stehen. Mein Client am Abkacken, wahrscheinlich. Also, ich mein, wir sind bei der Hälfte der Zeit und wir haben jetzt nicht mal ein Viertel. Können wir einfach gehen. Ich denke, die klatschen wir nicht mehr. Wenn er die Attacke da macht, musst du immer in ihn reindaschen. Wo ist deine Leiche? Äh, meine Leiche ist wieder lebendig. Ah, scheiße, falsch gedodcht. Juli, hinter dir, retz dich mal. Ja, es ist ja kein Schrocken-Sweipers. Weg da raus, da. Juli, rest mich mal. Ich muss halt schon aufpassen, was der Boss macht. Nö. Nö, was ist denn dein, du schon? Call is gone. Fair enough. Hey, do not have any Potions. Ah. Ja. Oh, oh, nein. Ich war gerade richtig glücklich über meinen iFriend und dodge. Und dann kam eine zweite. Nein, bitte, genommen mich nicht. Digga, ich auch dribble dich gerade, es ist Dark Souls 3, Junge. Komm, beiß mich. Ah, gedodcht. Warum bist du so auf einmal 800 Dezibel lauter als vorher? Nicht schreien. auch mal her. Oh, er macht ne neue Ability. Face 2. Wollte schon überfordert die erste zu. Oh, cool. Dauer. Warte doch mal stehen, Josef Raus Der hat ja gerade meine Hydra Der hat meine Minions angegriffen Oh, jetzt braucht das einmal runter Wenn der nach dem Zeitleben nicht despawnt, wir machen den Der despawnt, aber wir kriegen Wir kriegen zwar halt nicht die Weekly Chests Die du kriegst, wenn du sonst im Weltenboss verlierst, aber... Ja, Morgan Ja, wie er jetzt jeden von uns frisst, einfach Ich hab Dribble den, ich hab kein Dodge mehr Ich hab Dribble den, ich hab kein Dodge mehr Warum bist du immer überall so ne Kackscheiße? Hey Ja, war leid, es ist Kotzen anfängt, er hat keinen Bock mehr Ja, ich würde auch Kotzen, wenn ich gegen uns spiele Der kommt gerade aus dem Leak Rank, Juli Der hat gleich gegen den Gründer One Trick auf der Top Range Oh, Tiga, da bin ich auch so gezielt, ich bin Ich hab gedodged, I swear Aber ich hab reingedodged da draus Dodgen gibt ihr nicht gleich I-Frames Ich weiß Weg da Steht Und Korn Lass mich Ich wollte an ihn rangehen, ich sollte nicht, dass er ins zu das Kotzen anfängt Hast du den Dodge gesehen, ha? Aus da Der Schenga-Typ ist auf jeden Fall schon mal Ja, der hat gemerkt, dass es keinen Sinn mehr gibt Ich konnte hier echt den Teleport gebrauchen, not gonna lie Ich, ich konnte nicht mehr laufen Eure Ausrüstung ist voll zerstört Soll ich dir das Ding mal schicken und bei Gelegenheit so Das Hydra-Bild Nee Zum Testen, mal zum Austesten meine ich Nee, das mache ich, wenn ich 25 bin, teste ich Pils aus Hast du auch einen Imperator? Äh, es gibt ein Chain Lightning-Bild, ja Siehste, Ketten gibt's Wunderbar Da ist sogar ein Glass Cannon-Shine Lightning-Bild Das Lustige ist, das was dran steht in der Beschreibung mit von wegen 6% ne Das sind 6-fach einfach Das ist einfach falsch übersetzt Nice Wenn du machst 6-fach so viel Schaden, dann kriegst du dafür 3-fach so viel Damage Wie hab ich die Möcke geöffnet weiß ich so Abgedrückt oder so Kann ich nicht rückgucken? Junge, ich bin so Ich hab so Toxic Waste gerade am Schnuppern Ah, und dead Und dead Warum er regt Er erinnert mich jetzt gerade dieser Fess-Typ Der da Der da Der da mit seiner Sensor aber einfach rumgammeln ist Warum erinnert der mich jetzt gerade irgendwie so hart an den An die scheiß Schnitterspeck aus äh Killboss Of course Weil er eine Sensor hat Digga, ein Mage allein gegen am Boss In ihnen drin Ey Ludi ist tot Ne, wir leben noch Ich hab keine Heiltränke mehr, aber ich lebe noch Machen den zu drin Machen den zu drin Das macht ihr 4 Schadenszahlen 22 Durchgehende 70 Ich kann halt auch nicht viel Chain leiten Bitte Futter Gib mir einfach kein Zeitlimit auf den Boss und ich mach den Same I'm out of potions Same Nice Eure Ausrüstung ist zerstört Nice Lass mich kurz existieren And time to say Aua Ich glaub wir haben noch nicht die Gründe bekommen Aua Hey, wo Chess? Du hast gesagt Gut geschlagen zu Fürth, alter Wo Chess? Wo Chess? Viel Leid Bitch Wo? Nein Wie mein ich hab ihr P bekommen im Quadrat? Um 600 Gold? Es war nichts an dem P Habt ihr irgendwas gekriegt bei dir? Nein Ne Ah, sein Aber die Stadt